Diese Weihnachtsbaum ist noch etwas langweilig. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie jeder von euch ganz einfach und schnell richtig schöne realistische Weihnachtsbaum mit Zeichen. Damit willkommen zu der Seite, wo wir richtig viele Weihnachtssachen zeichnen. Wir fangen an mit das Gäste, indem wir einfach mal so ein Dreieck hier machen und hier unten so ein Strich, das ist ein Dreieck. Dann haben wir hier unten so einen leichten Halbkreis, wenn das so rund wird. Denn jetzt haben wir ein Dreieck mit einem leichten Kreis unten dran. Jetzt machen wir so richtig kleine Bögen, hier so rechts, hier so links sind solche kleine Bögen. Dann hier drinnen noch so breitere und dann noch so Punkte. Einfach solche Bögen reinmachen. Hier unten gehen die halt nach unten, rechts und nach rechts, in der Mitte halt so ein bisschen so nach unten und irgendwie wurschtel, durstel. Dann machen wir unsere Skizze hier ganz, ganz leicht weg. Und ihr nehmt euch jetzt eine Filzstift, ihr macht solche Kreise rein für unsere Weihnachtsgugel. Jetzt sind wir euch so ein Grün und tut euch diese Bögen hier so alle ausfüllen. Und in diese Matte jetzt mit so einem dunklen Grün Striche rein. Und zwar einfach einen Strich und dann noch solche Striche raus. Wenn ihr jetzt nach unten geht, dann macht ihr halt nach unten und macht dann solche Striche hin. Und dann nach nach oben, dann halt auch nach oben solche Striche reinmachen. Und diese Kreise füllen jetzt mit einem hellen Grün so richtig aus. Und der, der jetzt noch übrig ist, den du jetzt in richtig dunklen Grün ausfüllen. Und dabei auch in diese Dinger hier mit so Zackenbewegungen reingehen. Und in Part 2 geht es weiter.